Beeindruckend. Also eigentlich alles toll. Ich habe noch nicht so etwas Vergleichs gesehen. Die erste Behandlung habe ich bei der alten Klinik noch gehabt. Und das hier, das neue Gebäude, das ist alles, was soll ich sagen, da gibt es keine Worte, das kannst du so beschreiben. Auch Klinik oder Hotel jetzt, weil wir ja im Prinzip nur, bei uns im Hotel waren jetzt jedes Mal nur Gäste von hier. Also da fühlst du dich auch sicher. Du bist auch auf einem sicheren Platz. Die letzte Woche zum Beispiel, bei uns im Geschäft, wir haben drei Mal in der Woche getestet. Die letzte Woche, bevor ich eingereist bin, habe ich fünf Tests gemacht. Von Montag bis Sonntag fünf Tests. Also wenn das nicht sicher ist, dann weiß ich jetzt auch nicht mehr was. Es gibt, so vom Flughafen Argo, zwei Hotels, Das, was wir hier in dieser Woche gemacht haben, hätte ich in Deutschland zum Beispiel über ein halbes Jahr gebraucht. Von Termin zu Termin. Und dann gehst du hier nach einer Talvia mit kompletten Zentren hier weg. Das ist nicht normal. Die perfekte Lösung. Vlag ist eine neue Produktion, bis zum Beispiel in der Natur, vom Markt. Die Infektion. Ich habe bei diesem Jahr. Und den Applaus mit Ihnen. Du bist nicht nur von übern allergen. Dann kommen, wenn Sie lassen. Versagen. Das ist nicht nur von Ihnen. Das ist nicht nur von Ihnen. Vielen Dank.